Was hast du für einen Siegtreffer gefühlt? Ja, es war ein geiles Gefühl, wenn du kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielst. Ich habe mich gefreut, für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Ich denke, wir haben es uns verdient, die drei Punkte, und es hat sich gut angefühlt. Ich denke, das hat den einen Grund, weil Münster relativ weit weg ist. Ich denke, wir fahren zu sieben Stunden, und wir wollen uns optimal auf das Spiel vorbereiten. Und ich denke, das ist der Grund, dass wir da schon am Donnerstag hinreisen. Ich denke, wie jede Woche auch, nach dem Spiel hieß es zuerst mal regenerieren. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt, die Trainingswoche war eigentlich, wie in den letzten Wochen auch, sehr konzentriert. Wir haben uns da gut vorbereitet. Das heißt, jetzt volle Konzentration auf Münster und dass wir da die drei Punkte mitnehmen. Ja klar, wir stehen jetzt auf Platz drei, den wollen wir mit aller Macht verteidigen. Das heißt aber, dass wir wahrscheinlich in Münster gewinnen müssen. Wir gehen in das Spiel rein, wie in jedes andere. Wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Und ja, wir geben alles. Wir müssen alles raushauen, weil Münster eine sehr heimstarke Mannschaft ist. Und daher ist es volle Konzentration auf Münster. So. 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 So.